Hey Babys und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wir sind heute bei Rossmann und das habe ich bei den Masken geguckt und ja, da hat wohl jemand das falsch reingetan, weil da gab es so neue Patches vom anderen Aufsteller anscheinend. Und ja, jetzt habe ich auch schon einen Aufsteller gefunden und ja, da gab es auch so eine Tuchmaske, dann gab es halt eben diese Patches, die haben die auch schon gepackt bei dem anderen. Und dann gab es halt noch, ja, so festes Shampoo und dann eben auch so ein Kissenspray mit Lavendel, das hatten wir schon mal, das ist jetzt halt in dieser Glücksklee-Richtung, anderes Packaging halt. Und dann habe ich noch diesen Aufsteller gesehen, so ein Pfirsichdesign, da gab es immer einen Duschschaum, dann gab es eben so ein Öl, dann gab es so ein Wonder Hair Tonic, irgendwo da sollen die Hände glatt und glänzend werden. Gucken, ob das funktioniert, bin ich unnormal gespannt drauf. Und ja, also richtig spannend, da gab es noch so eine Bodybutter, noch so ein Shampoo und ja, dann auch solche Badebomben, Badekugeln, whatever, hatten wir schon mal so Süßigkeiten, so Design-Diesign-Süßigkeiten-Duft, dann so eine Kerze eben noch und ja, dann auch so ein Raumduft einfach. Und ja, also schaut da gern, gerne mal vorbei, also richtig spannende Produkte einfach mal dabei. Badekugeln, Badekugeln, Badekugeln. Badekugeln. Badekugeln.